ihr lieben heute habe ich etwas ganz besonderes hier an meiner bar ihr dürft gespannt sein ich bin es auf jeden fall denn wir haben hier honig rum die rom company hat gezaubert und den rum schauen uns gleich mal genauer an und damit hallo ihr lieben mein name ist wenn herzlich willkommen auf romtastisch hier findet ihr alles rund um die welt des rums die rom company aus miltenberg hat gezaubert ich bin mal gespannt alles was man auf der homepage zu diesem rum findet ist folgendes wenn unser erster selbst gebrannter rum auf leckeren honig aus franken trifft ist das ergebnis einfach himmlisch rum und honig sonst nichts und das ist es ende der beschreibung schur franken ist eine region bei miltenberg und wenn man honig aus schur franken googelt dann kommt als erstes das alte gewürzamt die rom company hat ja schon mal mit dem alten gewürzamt zusammen zum beispiel einen vanille rum den vanille gemacht hier haben wir jetzt einen rum der mit honig aus schur franken hergestellt wurde und der hat in sich ihr lieben ich kenne ja normalerweise so so ron miel zum beispiel das ist ein honiglikör aus spanien aber das hat hiermit nichts zu tun wir schauen uns generell mal die flasche noch mal an die ist im design der rom company also die typische rechteckige flasche und jetzt schaut mal auf die prozentzahl 49 prozent ich bin sehr gespannt welche auswirkungen dass auf den geschmack hat das dürfte ziemlich power geben und geschmacklich nicht an einen ron miel erinnern oder zumindest nicht von der von der seichte sozusagen ich bin mal sehr gespannt wir machen den rum schon mal auf und lassen ihn noch einen augenblick hier stehen einen augenblick atmen der 49 prozent ist natürlich eine hausnummer und ich finde das ganz cool dass das der erste selbstgemachte rum ist also ich habe ich weiß gar nicht selbst gemacht ist es ihr könnt ja vielleicht mal selber frank oder wolfgang oder martin schreibt doch mal unten in die kommentare des videos bitte ist es eine ein melasse import schreibt doch gerne mal in die kommentare vielleicht gibt es ein bisschen mehr info dazu wie ihr euren eigenen rum gebrannt habt wo ihn gelagert habt und das wäre auf jeden fall auch noch mal interessant vielleicht kommt da ja noch mehr mit selbst gebranntem sozusagen ich bin sehr gespannt hoher und die 49 prozent die die spürt man auf jeden fall wir sind hier weit entfernt von einem rumlikör auch wenn es natürlich von der bezeichnung eine spirituose auf rum basis ist aber mal ganz im ernst in meinem herzen ist es ein rum und vor allen dingen ausgewachsen damit 49 prozent oh ja der der zwiebelt richtig ein bisschen in der nase das ist cool und man hat so eine seichte er fruchtige note mit honig ich wollte sagen ich wollte was ich wollte nicht ruhig sagen ich wollte plural sagen sogar so ein bisschen plural ja da ist ein bisschen rauch dabei ich finde es richtig nach eichenfass so einen typischen so eine typische eichenfass lagerung noch ja ein bisschen rauch ich ein bisschen vanille ein bisschen holz aber alles angenehm und seicht und der honig kommt gar nicht so sehr also er riecht nach honig hier aber der kommt nicht so sehr zum vorschein ich weiß nicht ob ich in einer blind verkostung als erstes auf honig käme ja aber die noten sind auf jeden fall wenn man es weiß ist es schon auf jeden fall da da bin ich ja mal gespannt muss die lieben ihr müsst wissen ich bin großer ron miel fan tatsächlich jetzt bin ich sehr lange nicht nach mallorca geflogen aber wenn ich dort war dann habe ich mir den ron miel dort besorgt und haben ihn dort dann auch immer getrunken und das erinnert mich auf jeden fall daran das ist schon sehr geil er schmeckt definitiv nach honig und jetzt beim zweiten riechen ist der honig auch deutlich noch im vordergrund und dieses ich finde dieser dieser geruch von eichenholz ist hier auch noch mit bei und der schmeckt richtig der schmeckt richtig lecker der schmeckt richtig süß also wirklich ein definitiv sehr süßer rum honig süß im wahrsten sinne und der geht aber geschmeidig wie honig runter und trotzdem hat er richtig power dabei und das ist das ist richtig geil dieser geruch von honig jetzt ist absolut da da passiert aber noch mehr da ist einmal der honig dann aber auch das holz der alkohol dieser dieser pep diese schärfe auf der zunge durch 49 prozent und nach hinten hin wird es sogar etwas ein bisschen fruchtig vanillin finde ich auch also da vielleicht ist es sogar die vanille aus dem holz und ganz zum schluss so dieser nachklang wird sogar etwas bitter aber immer noch mit dieser voll süße des honigs kommen wir mal zum fazit ihr lieben das hier ist ein perfekter rum wenn ihr den übergang von süßrums zu etwas mehr power sucht dieser rum ist richtig süß weiterhin aber er baut so die brücke zu intensivem rum geschmack zu auch so einer so eine idee wie gesagt von von holzigkeit von lagerung was hinterher sogar in bitter mandelnote noch sich verändert das heißt er hat auch mehrere facetten während des geschmacks und das eignet sich wunderbar um was anderes auszuprobieren als nur die komplett süßen also von den süßmäulern bevorzugten rums die rum company hat hier was richtig cooles gezaubert vielen dank auf jeden fall ihr drei und ich bin einfach nur begeistert also das ist wirklich leckerer rum in mit schönem honig also schön eingebunden perfekt schaut euch bei der rum company mal um schaut auf die homepage auch der vanille ist auf jeden fall zu empfehlen und eigentlich kann man blind alle selbstgemachten sachen dort kaufen auf jeden fall schaut euch auf jeden fall die homepage deshalb mal an die ist unten in der video beschreibung und dann ihr lieben sehen wir uns beim nächsten mal ich freue mich auf euch bis dahin nüchtern bleiben post